Hey, ihr Leute von Kassfurt, Team Kassfurt, ihr habt uns voll das Video geschickt und hier ist voll unsere Antwort. Erstmal, mein Handy hat nicht mal Internet, Junge. Ja, weil ich hab voll den Screenshot gehabt, Junge. Und so. Und, ja, vielleicht sieht man sich mal in Chemnitz oder Dresden. Aber was ich noch sagen wollte, Rico, rassier dich mal, das sieht ja widerlich aus. Ja, kauf dir mal neues Hemd. Ja, das ist ja einfach nur pervers, was da abgeht. Und, Alexi. Alexi, ich rauch so viel, wie ich will. Auf jeden Fall. Und ich rauch gleich mit. Sauf mal nicht so viel, mein Freund, sauf mal nicht so viel. Und, äh, Alexi, fahr mal ein bisschen öfter Skateboards. Genau, kauf dir mal neues Hemd. Ihr seid leider, doch, es sind, glaube ich, mehrere. Also, wir sind übelst voll, auf jeden Fall. Ja. Und dann hat Rico gesagt, es gibt nicht so viel zu sagen. Das musst du jetzt sagen. Ja, es gibt nicht so viel zu sagen. Jo. Und, äh, jo. Kalle, du bist sowieso der Geilste. Kalle, cool. Nee, Rico, mein ich. Wir, wir, Hochzeiten, so, wir vergessen das ja nicht. Ja, cool. Jo. Na? Trendy. Ziemlich. Jo, vielleicht sieht man sich mal, also, ich glaube, wenn, dann sind wir eher in Dresden als in Chemnitz. Chemnitz wäre aber auch noch cool. Ja, ich glaube nicht. Jo. Aber, aber der Alexi zieht da jetzt auch bald weg. Ach so. Sagt er ja. Ach, stimmt, das habe ich auch gelesen. Indoor-Net. Indoor-Net. Wir vermissen euch, Knutscher. Grüße, auf jeden Fall. Das war echt schwul. Ich muss sagen, Knutscher. 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 Buh. Tschüss.